Was ist alles sehr gepflegt, alles sehr sauber, sehr hygienisch, einwandfrei und das hat schon einen sehr guten Eindruck gemacht und insofern fühle ich mich hier sehr wohl. Sehr kompetent betreut, fachlich sehr versiert, die hohe Professionalität von den technischen Ausrüstungsgegenständen gefällt mir sehr gut, mit 3D-Aufnahmen, die dann gemacht wurden gestern und die Beratung entsprechend dann sehr gut, weil sehr gut verständlich. Meine Reiseplanung war sehr gut, ich bin pünktlich angekommen, ich wurde empfangen am Flughafen, das war top organisiert mit Shuttle Service zum Hotel und dann noch das erste Mal hier in die Klinik auch mit Shuttle Service, also Rundumbetreuung perfekt. Also jeder, der hier so seine Bedenken hat, die Bedenken kann man absolut nehmen.